Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Schatten im Vatikan Teil 2. Hier ist Sabine die Cat und jetzt montieren wir unseren Spiegel hier oben mit dem Kabel-Schnalle. I'll hook the mirror. Guck mal! So, das binden wir jetzt hier fest. Ich hoffe, ich kann das Boot ein bisschen rocken. So, warten und trinken? So, dann werden wir... da unten mal... Und, okay. Die Pat hier. Okay, wo ist Morgana? 6 feet under. Next time, be sure to send someone less noisy. Ja, da haben wir wohl ein bisschen gestört. So, wir sitzen hier mal fest. Also schauen wir mal sich um. Hm. If what Sylvia said is true... Yes. She left the key in the lock. Without any help, I'll never be able to tear it out. There's very little space under the door. The key is in the lock, on the other side. So, das heißt, wir gehen hier mal her zum Schränkchen. It's empty. Except for a pair of rubber gloves and a little mirror. I'll take them. Kann man doch immer gebrauchen, oder? Dann montieren wir die Duschstange hier oben ab. Mario will be thrilled to know that I'm destroying his brother-in-laws bathroom. Warte mal, bis der die ganze Geschichte hier hört. So, das heißt, wir nehmen uns das Karpel. So, das heißt, wir nehmen uns das Karpel. Ich hoffe, ich habe es nicht verloren. So, wir nehmen das Karpel. Wenden das aufs Radio an. Ja. Ich denke, ich kann versuchen, das Panel mit dem Karpel mit dem Karpel und die Batterie zu eröffnen. So, extra Power. Dann kombinieren wir die Gummihandschuhe mit dem Karpel. Was? Ganz einfach. So, jetzt können wir nämlich damit das Kabel durchschneiden. vom Radio. Wo sind sie versteckt? Hier? Was muss, das muss. So, und jetzt kommt noch die Antenne dran. Ich glaube, du musst ein neues kaufen. So, dann schauen wir mal, ob wir das hier unten anwenden können. Warum sollte ich? Okay, zuerst mal die Antenne rausholen. Mit der Antenne stoßen wir den Schlüssel runter. So, der Schlüssel ist runter. Gefallen. Versuchen wir das jetzt nochmal. Nein. Der Karpel ist zu groß, um zu unter der Tür zu befinden. So, und jetzt können wir die kombinieren mit der Pistole. Vielleicht kann ich einen Ende des Karpel. So. Jetzt haben wir ein Brechersen. Und mit dem Brechersen? Ja. An meiner Errungenschaft. Now I'm an Adventure Hero. So, mit dem Brechersen holen wir die Fußleiste hier runter. So, die nächste MacGyver-Arbeit. Wir nehmen das Kabel, die Batterie. Ja, da kommt auch noch was dazu. Die Antenne. So, dann haben wir jetzt die Antenne mit dem Kabel umwickelt. Und da wiederum montieren wir die Batterie dran. So, und damit sollten wir jetzt den Schlüssel... Damit sollten wir jetzt den Schlüssel hier holen können. Das war ein bisschen weniger predictabel als erwähnt. Ich muss das Mädchen nachdenken, bevor sie alles verletzt hat. Beside, ich bin ziemlich sicher, dass sie mehr wissen, als sie mir gesagt hat. Ich habe keine Intention für diese Weapon in meinem Schrank. Bis ich kann es den Polizei nehmen, ich glaube, besser zu schlafen. So, schöner schwarzer Bildschirm hier. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Okay, wahrscheinlich braucht er jetzt so lange, bis er zu Silvia kommt. Er muss ja erst ins Ratsch fahren. Da ist er. Wir haben jemanden, der braucht die letzte Ratsch hier. Lower that weapon, Silvia. Silvia? Ist das, was du dich jetzt nennen? Und was passiert in Akita? Lauren? Natasha? Oder vielleicht diese Zeit ist dein reales Name? Du verstehst, es ist nicht sicher, dass ein Mädchen mit einer Ratsch, nicht wahr? Stay calm. Machese, er spielt die Rolle von der guten Schmerzen, also muss ich sein, der Schmerzen. Jetzt, wo ist Massimino? Mach dich. Priester, wenn du nicht möchtest, mich zu werden, du besser schauen, während ich mit Bartolomeu spreche. Das ist das, was du dich in deinen private Gesprächen erwähnt, richtig? Ist das dein echte Name? Wie wirst du das? Okay, aber lass uns das Weapon aufbauen. Listen, Alter Boy, zwei Möglichkeiten. Wenn du hier bist, möchtest du mich, oder willst du mit dem Detective spielen? Und wir wissen, dass deine Chastity-Valsen von Infatuationen verletzieren. Ich habe gesagt, ich bin nicht... Wir machen es meiner Meinung. Mach das, was du musst, und ich warte für dich hier. Vielleicht findest du etwas für mich. Ich habe sie zu töten, mit ihren Händen. Ich glaube, ich besser folge ihre Instruktionen, bis ich einen neuen Weg finden. So, das heißt, wir... An einigen Punkten des Spiels ist es möglich, als James oder als Sylvia zu spielen. Um die Person zu wählen, die man kontrollieren möchte, kann im Inventar das Porträt der jeweiligen Figur angeklickt werden. Okay. Wir schauen uns mal um hier am Schreibtisch. Danke. Danke. Oh, das ist so süß. Masamino got engaged to the lovely Marika. No, this doesn't seem to be an engagement ring. There's a symbol engraved on it that I don't recognize. Have you got something to say, Marchese? These questions again? Let me go or I swear. You know, I think the finger on the trigger is trembling. It's the fear, probably. Okay, okay. Sometimes when the situation becomes tense, Masamino leaves with that ring. And then he comes back a couple days later. And where does he go? He never told me. He only says he goes to visit the suits. That's what he calls them. You mean they protect him? A couple of stupid gorillas like you aren't enough? Listen, for a while Masamino has been trying to expand his business. But I have nothing to do with whatever he does outside of here. Oh, I understand. He has two jobs. Even the assholes can't ignore the crisis. Since that hottie came, he's behaved strangely. You mean Marika? The young lady demands more than a beauty farm? I guess he feels the need to be a big shot when he's with her. And does that hurt you? Poor Marchese. Go on, let off some steam. You can talk to me. Maybe you want to lay down on that sofa over there too? Fuck off. Who are the suits? I have no idea. Masamino betrays you with these bad guys. And you don't even know who they are? I asked him, but he never wanted to even reveal their names. I don't think he knows them either. He just told me that ring is used to access something. Like a password. Okay. When do we get to the secret handshakes? It's okay if you don't believe me. I've already said too much. You haven't told me anything. Listen, when I shoot a guy, I look him in the eyes. Or his back, at least. Noble. But those people won't get their hands dirty. They always send someone else to do the job. I work in a different way. I'm okay with it. And the less I know of everything else, the better. If you don't fit in that kind of environment, why do you stay with Masamino? You really need to ask? Have you seen that sweet piece of ass that was with me before? I can get a new girl every day. That's amore. So, an dieser Stelle mache ich wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!